Grundsätzlich geht es natürlich darum, dass wir mit weniger Material für mehr Menschen bauen wollen. Wir sehen uns als Planer und Berater, der für die Qualität einem Bauwerk steht. Im Sinne der Schönheit, im Sinne der Ressourceeffizienz, im Sinne der Besonderheit. Das ist die DNA. Gestaltung und Ingenieurkompetenz im weitestmöglichen Sinn. Kompetenz im interdisziplinären Arbeiten, Fantasie und Mut zur Utopie. Das ganze Museum ist stützenfrei, bis auf die Stützen an der Fassade, die eine ganz besonders entwickelte dreidimensionale skulpturale Form haben. Ich träume persönlich von Projekten, wo gar keine Pläne mehr notwendig sind, sondern wo alle die Prozesse an Modelle erfolgen werden. Das National Museum of Qatar war sozusagen ein Meilenstein der BIM-Modellierung, denn es ist ein Pionierprojekt für die Integration und Erzeugung von großen Gebäudedatenmodellen. Klar ist, dass die größte Herausforderung tatsächlich die ist, den Klimawandel zu bekämpfen. Wie können wir Gebäude klimaneutral bauen? Wie können wir Gebäude ressourceneutral bauen? Und wie können wir insgesamt ein lebenswertes Umfeld in unseren Städten schaffen? Ich sage immer, nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern ich sage, die Natur ist das Maß aller Dinge. Das heißt, bei all unserem Tun und Handeln müssen wir Sorge dafür tragen, dass wir die uns umgebende Natur nicht verletzen oder in irgendeiner Form negativ beeinträchtigen, weil wenn diese uns umgebende Natur nicht mehr funktioniert, dann können wir auch nicht funktionieren. Das Mal sind die Unbekannte Land. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018